Ich steh vor einem Generator. Ich hab mal Fun gegoogelt. Jawoll, ich auch. Das bringt Fun. Oh, ich auch. Moin. Funny. Und der andere ist AFK. Ach toll. Schon wieder. Was ist denn das für ein Drecksspiel? Ist das nur auf dem DCU nur so scheiße? Du weißt, da gibt's ein bisschen mehr, aber trotzdem. Hila, schon jemand gesehen? Tim, bist du das bei mir am Generator? Wir haben uns ja auch noch keine 10 Meter bewegt, das ist schon erfüllt. Ne, wir sind direkt am Generator. Ja, aber hätte er sein können. Nein. Nein. Stimmt, Fragen, Alter. Guck mal, Tim, dahinten ist deinem Generator. Nein. Boah, Alter. Verfolg dem blutigen Mann hier. Oh, das ist der Mark aus dem Generator, gell. Dann die Bombe staubt man noch ab. Alter, hey, weg von meinem Generator. Generator. Fahrer muss sich immer um die Hand hier legen, halt. Fahrer muss sich immer um die Hand hier legen, halt. Na toll, jetzt kommen wir zu uns. Wer ist denn jetzt? Komm, meine Enten. Wer ist dieser uns? der der dieser Thema Hier, ich mache den in der Halle den Generator. Ja, viel Spaß, mach den Scheiß alleine. Okay, mach das schon. Dafür habe ich einen gelben Werkzeugkoffer gefunden. Auch nicht schlecht. Jetzt bist du ein bisschen eifersüchtig, ne? Ein bisschen. Schön ein kleines bisschen. Jetzt kommt er zu. Ach, dieser Affen. Dieser kleine Affenfecker, ohne Scheiß. Ist das mal gemeint? Nee. Aber jetzt schon wieder irgend so ein Park, dass wenn er in der Nähe ist, die Dinge halt langsamer gehen. Ja, so ist es. Der kommt da hin, ne? Zehn. Oh, da ist er. Hallo. Hallo. Da hat er mich. Da hat er mich. Die kann überhaupt nicht mal gut abfahren. Irgendwie. Eigentlich schon mal besser. Der Bärenfallentyp. Ja. Bärerregert. Ich habe er verloren gehabt. Ich bin halt besser. Er hat gesagt. Er hat gesagt. Ich würde es halt feiern, wenn wir einfach nur zur fünften der Lobby spielen würden. Und du musst aber auch im Privaten alles freispielen. Aber habe ich nicht. Nee, weißt du, wenn du alles freispielen müsstest trotzdem. Ich würde es feiern, wenn einer Killer wäre und die anderen in die Runde join. Aber das schafft man ja nicht. Einmal haben wir das bisschen geklickt. Oder durch Zufall. Hauptsache um den Generator, an dem ich bin, liegen vier Fallen drumherum. Alle offen. So, Ausgang. Was? Was? Ich mache den Haken trotzdem auf. Ich mache seinen Totem kaputt. Das leuchtet nämlich. Wer macht denn jetzt den Aufgang aus? Bist du das, Markus? Nee. Jetzt ist der Teammate hier und macht ihn. Will ich mich verarschen? Na jetzt hat er es vielleicht doch noch ein bisschen ins Spiel geschafft. Oh. Ich wollte vielleicht nur kacken. Ich habe mal seinen Pöp gestört. Warte, was ist das? Wo ist denn hier die Tür? Äh, am, am Ausgang. Am Ausgang, gell? Hm. 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 Ich sag mal. Ich habe eine. Überwieglich. Ich auch. Ich mache die andere auf. Soll ich einfach warten oder rausgehen? Ja, im Prinzip immer erstmal warten. Das stimmt. Im Zweifel immer rausgehen. Oh, shit. Kommt der jetzt zu mir? Da war wer. Da war wer? Da war wer? Da war wer? war wer aber die türen sind ja wieder genau nebeneinander wie clever ist das denn recht ich finde aber nur den kinder hier hast du scheiße er hat es geschafft und der kille hat mich nicht gesehen ist ja dumm was machten ihr so ja bei mir nicht mehr nicht mehr also bei meinem ich habe 315 punkte fürs helfen gekriegt ich weiß nicht wofür ich helfen punkte gekriegt hat der teammate ist von mir umgefallen ich war noch kurz im keller habe mir ein bisschen ausrüstung geholt eines dinges ich hätte fast wieder einen ausgang dann nicht mehr gefunden ich habe mich erst mal eine falsche stunde jetzt alle raus nee warte jetzt aber ich mag es geht einfach klar aus unsere fragen ich frage ja noch morgens rein einfach raus das ist unser markus ja ein lustiger schelden so ist er so kennt man und Vielen Dank.